Endlich ist es soweit, meine lieben Filmfreunde. Nach über 30 Jahren kam zum 30.3., also 30 Jahre 30.3., Füchse sind sie schon bei Konstantin Film, das muss man ganz klar so sagen, kam mit Manta Manta 2. Teil die Fortsetzung in die deutschen Kinos, auf die die Leute und die Filmfans eben über 30 Jahre lang gewartet haben. Schlaflose Nächte, in denen man sich den Kopf darüber zerbrochen hat, wie es denn endlich mit Berti und Uschi weitergegangen ist, was denn aus Klausi geworden ist. Die hatten damals ein Ende und jetzt ist es dann zum 14. September soweit, dass Manta Manta 2. Teil im Heimkino erscheint in Deutschland auf DVD, auf Blu-Ray und sogar im Blu-Ray Steelbook. Das sehen wir uns im Anschluss an meine Filmkritik an. Jetzt möchte ich aber selbstverständlich zuerst einmal über den Film selbst sprechen. In Manta Manta 2. Teil sehen wir Berti, der mittlerweile das Rennfaden aufgegeben hat und versucht, sich mit einer Autowerkstatt und einer Kartbahn über Wasser zu halten. Das gelingt ihm eher schlecht als recht. Er hat sich auch von Uschi getrennt oder sie besser gesagt von ihm. Sie hat auch einen neuen Macker. Die beiden haben zwei Kinder. Der Sohn lebt bei der Mutter und die Tochter, die lebt beim Vater, arbeitet damit in der Werkstatt. Aber er hat auch jede Menge Schulden und es droht eben eine Zwangsversteigerung, um diese Schulden dann zu tilgen. Dann sieht er einen Ausweg, eine Lösung. Es soll ein Rennen stattfinden, wo es dann ein großes Preisgeld gibt und mit diesem Preisgeld möchte dann unser guter Berti seine Schulden bezahlen. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir mit Manta Manta 2. Teil eine Fortsetzung bekommen werden nach über 30 Jahren, mit der nur die allerwenigsten gerechnet haben. Gut, Top Gun 2 hat es im letzten Jahr vorgemacht, dass man hier eine Fortsetzung, die kein Mensch braucht und durchaus interessant und als Bereicherung auf die große Leinwand bannen kann. Und ich finde es richtig klasse, dass der Film und vor allem so ein toller Nachwuchsregisseur, wie es der Til Schweiger ist, hier auch speziell mit Fördergeldern unterstützt wurde, um seine Vision eines zweiten Teils auf die große Leinwand zu bannen. Und ich fand es auch richtig klasse, dass sich hier Firmen wie zum Beispiel McFit oder auch eben Mezzo Mix oder Turmbräu angeschlossen haben, diesen Film zu unterstützen und dann auch Cast und Crew hier mit ein paar Getränken zu versorgen. Das fand ich auch klasse und das muss man auch nicht verstecken, sondern im Gegenteil, das darf man natürlich auch zeigen. So alle fünf Sekunden schön ins Bild halten. Guckt mal, was für tolle Firmen uns hier bei unserem Projekt mit unterstützt haben. Was ich gut fand an dem Film ist, dass Til Schweiger eben ein Familienmensch ist und dass er hier seiner Tochter die Chance gegeben hat, auch mal an einem Film mitzuspielen oder bei einem Film mitzuspielen, ihr die Gelegenheit zu geben, mal ihre Talente zu zeigen. Da zeigt sich auch, dass Til Schweiger eben nicht nur ein guter Schauspieler ist und ein guter junger Nachwuchsregisseur ist, sondern auch das Auge hat für Nachwuchstalente. Und so hat er eben seiner Tochter hier die Rolle seiner Filmtochter gegeben und das ist natürlich auch mega clever, denn die beiden brauchen das dann gar nicht spielen. Die sind praktisch Vater und Tochter und das ist natürlich dann ein ganz großes Plus. Was ich ebenfalls gut fand, ist, dass man hier den Radiomoderator aus dem ersten Teil weggelassen hat. Der hat ja tierisch genervt mit seinen ganzen Manta-Witzen. Und die erzählt jetzt Michael Kessler als Klausi hier wieder mit dabei, auch großartig hier zuzugucken, wie er über dem restlichen Cast sozusagen die Nase vorn hat, was vor allem den Comedy-Anteil betrifft. Also der haut hier ein paar Kracher raus an Manta-Witzen. Da kannst du einfach nur mit der Zunge schnalzen. Absolut großartig und lustig. Außerdem war es schön, auch hier einen Lukas Podolski wieder zu sehen. Ja, der hat ja seine Fußballkarriere an den Nagel gehängt. Versucht es jetzt mit der Schauspielerei und auch mit einem Dönergeschäft. Auch da hat er eben hier Cast und Crew unterstützt. Das wurde dann auch nochmal hier extra erwähnt. Fand ich klasse, dass man hier so zusammenhält. So muss das natürlich sein. Die Musikauswahl ist auch absolut hervorragend. Also nicht so neumoderner Quatsch, der jetzt gerade in den Charts läuft oder irgendwas extra Komponiertes für den Film. Nein, so alte, bekannte Lieder. Gleich am Anfang Scorpions Wind of Chains, da merken wir gleich, woher der Wind weht sozusagen. Also das war natürlich großartig. Negativ muss ich ankreiden, dass hier der völlig talentfreie Moritz Bleibtreu wieder mitspielt. Also wie der sich in den Film verlaufen hat, weiß ich nicht. Also da versucht wohl irgendein Manager seinen Klienten hier gerade richtig zu pushen. Aber dass aus dem jemals ein guter Schauspieler wird, das wage ich zu bezweifeln. Positiv sind dann wieder ein paar Soundeffekte zu erwähnen. Vor allem, wenn man hier schnelle Bewegungen macht. So Swoosh-Sounds, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich bin ja nicht so in der Materie drin. Aber dann hört man das Ganze immer hier so extra betont nochmal. Das fand ich klasse. Auch gut ist es, dass hier ein Till Schweiger sein Regie-Talent unter Beweis stellt. Speziell, dass er hier komplett auf lange Kamerafahrten verzichtet. Oder eben lange Einstellungen. Jede eineinhalb Sekunden ist hier ein Schnitt. Speziell für die Zielgruppe, die TikTok-Generation ist es natürlich perfekt. Auch klasse ist natürlich das spannende und fesselnde Skript. Also der Zuschauer schaut wie gebannt auf den Bildschirm. Und dann sind wir aber auch gleich wieder bei einem Kritikpunkt. Nämlich die Laufzeit von zwei Stunden und sechs Minuten, die ist viel zu kurz für so einen Film. Ja, vor allem, da sind so viele interessante Charaktere hier mit dabei, dass der Zuschauer sich wünscht, Mensch, von denen hätte ich noch gerne mehr gesehen oder da noch mehr gehört. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir ja auch noch einen dritten Teil oder mal einen Spin-Off. Ich würde es mir wünschen und dann würde ich mir wünschen, dass der Film dann so locker drei oder vier Stunden geht. Denn mit jeder Minute Laufzeit wirst du einfach nur klüger bei diesem Film, weil auch die Story so ausgeklügelt ist. Und weil es hier jede Menge zu lernen gibt. Also der Zuschauer wird hier regelrecht bombardiert mit Fachwissen. Logik-Löcher sucht man, ja, während andere Filme Logik-Löcher in Form von einem Krater haben, möchte ich mal sagen, oder der Größe eines Kraters haben. Da kannst du die hier in dem Film definitiv suchen. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Plus dieses Films. Manta, Manta, zweiter Teil. Und jetzt habe ich es gesagt, Manta, Manta. Ich finde es klasse, dass man praktisch von der ersten Minute Laufzeit bis zur letzten Minute Laufzeit ständig irgendeinen Manta über die Leinwand huschen sieht oder fahren sieht, besser gesagt. Und da hat sich der Film natürlich seinen Namen auch nochmal redlich verdient. Und also zusammengefasst muss man sagen, was hier nach über 30 Jahren auf die große Leinwand gezaubert wurde, das ist schon ein absolutes Meisterwerk. Wie eingangs schon erwähnt, erscheint ab dem 14. September 2023 Manta, zweiter Teil im Heimkino auf DVD, auf Blu-ray und auch im Blu-ray Steelbook. Und was das so zu bieten hat, das gucken wir uns jetzt einmal genauer an. Das Ganze kommt mit einer C-Card daher, die Gott sei Dank ohne irgendwelche Klebepunkte oder Popel angebracht wurde. Das ist natürlich löblich. Wir haben den FSK 12 Flatschen hier vorne drauf, sowie den Titel und den Hinweis, dass es sich hier um eine Blu-ray Edition handelt. Außerdem haben wir hier auf der Rückseite nochmal den fast kompletten Cast. Die Hauptdarsteller sozusagen eine Inhaltsangabe. Dann haben wir noch die Credits hier mit unten drauf. Und ganz unten haben wir dann auch noch die technischen Spezifikationen dieser Veröffentlichung. Wir haben als Extras ein Making-of, das geht ungefähr 5 Minuten und dann Manta Manta damals wie heute 15 Minuten. Das kann man sich auch auf der YouTube-Seite von Konstantin Film angucken, auf YouTube gratis. Und wie gesagt, hier unten haben wir dann noch die technischen Spezifikationen, was sonst noch an Untertiteln und Tonspuren mit dabei ist. Wir haben eine deutsche DTS HD Master 5.1 Tonspur an Bord. Dann haben wir hier das Steelbook. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir, wie wir das auch als Steelbook und Autoliebhaber gerne haben. Der Lack ist matt. Also das ist natürlich großartig. Ansonsten haben wir hier noch den Titel unten mit draufstehen. Der hat einen Metallic-Effekt, wie die Felgen hier von unserem Manta. Und wir sehen hier das Heck und den Spoiler sozusagen. Dann haben wir am Spine nochmal den Titel und Konstantin Film draufstehen. Und was denkt ihr, was jetzt hier auf der Rückseite dieses Steelbooks drauf ist? Na, ich zeige es euch. Dasselbe. Nochmal hier das Heck des Mantas. Und der Spoiler hat man sich wahrscheinlich gedacht. Wir wollen die Leute nicht spoilern, die den Film noch nicht gesehen haben. Wie der Manta dann im Film aussieht, der hier dann noch ins Rennen geht. Da gibt es dann zwar noch etwas im Film dazu, aber da mag ich nicht spoilern sozusagen. Und ja, anstelle hier eben das komplette Auto abzubilden, hat man sich gedacht. Wir machen jetzt einfach mal Copy and Paste, spiegeln das Ganze und dann passt es. Wunderbar, dass hier auch eben die Post noch mitgeholfen hat, das Steelbook zu veredeln. Denn eine Prägung vermisst man von Haus aus. Wenn man aber so tolle Postträger hat wie ich, die das Teil dann hier direkt in den Briefkasten quetschen, dann hat man hier auch noch die ein oder andere Sonderprägung mit drauf. Wie man das hier am Rahmen sieht und das macht dieses Steelbook dann auch komplett zu einem Unikat. Dann kommen wir zu den inneren Werten. So sieht dann die Blu-ray Disc mit aus. Die ist eigentlich wunderbar gelabelt. Aber das Highlight ist dann natürlich neben diesem kreativen Backmotiv dann noch dieser Innenprint. Da hat man sich dann gedacht, okay, das passen wir jetzt farblich so ein bisschen an das Ende des Films an. Da mag ich ja nicht Hack spoilern. Aber wenn man den Film gesehen hat und was dann mit dem Manta da noch los ist am Schluss zum Rennen, dann muss man sagen, ist es natürlich hier schon wirklich sehr kreativ gemacht und rundet diese tolle Steelbook-Veröffentlichung ab. Also meine lieben Filmfreunde, herzlichen Dank an Konstantin Film für dieses tolle Machwerk. Herzlichen Dank an Till Schweiger für diese Fortsetzung, die wir endlich nach 30 Jahren bekommen haben, an die schon keiner mehr geglaubt hat. Aber damit hat er die Fans natürlich wieder glücklich gemacht. Herzlichen Dank an alle Leute, die diesen Film unterstützt und gefördert haben. Und herzlichen Dank natürlich auch an die kreativen Köpfe, die dieses tolle Steelbook entworfen haben. Also das ist wirklich klasse. Und jetzt bleibt er zum Abschluss eigentlich nur noch zu hoffen, dass wir nicht weitere 30 Jahre auf eine Fortsetzung warten müssen. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine lieben Filmfreunde. Auf bald und Servus. Vielen Dank.